Sie hören Eminem von Antonia Baum, ein Hörbuch des Argon-Verlags. 1. Will man ein Buch über Eminem schreiben, hat man im Grunde fast alle Probleme, die man sich wünschen kann. Denn er ist nicht nur der Verfasser extrem misogyner, homofeindlicher Texte, er ist auch der in Verkaufszahlen erfolgreichste Rapper eines Genres, das von Schwarzen erfunden wurde. Am unkompliziertesten für alle Beteiligten wäre es deswegen, Eminem ganz schnell verschwinden zu lassen, runter zu den anderen Leichen, die man im Keller hat. Und dieser Keller ist naturgemäß bis oben hin voll mit Leichen, welche sich aus weiten Teilen der Literatur, Kunst, Musik, Filmgeschichte zusammensetzen. Und wahrscheinlich müsste man ihn, den Keller, tatsächlich mit Beton ausgießen, um behaupten zu können, dass hier oben alles okay ist. Ja, wahrscheinlich müsste man sich sogar dazulegen. Besser, schonender und angenehmer also, man, das heißt konkret ich, lege Eminem runter in den Keller, mit durchgeschnittener Kehle, seine Lieblingsart Frauen in Texten umzubringen, und befasse mich nicht weiter damit, dass er für mich ein absolut großartiger Autor und so etwas wie mein Schriftstellerin ein Vorbild war. Oder ist. Wir werden sehen. Das Wort Vorbild passt eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe das eine Zeit lang nur gesagt, weil es sich verwegen anhörte. Tatsächlich ist die Formulierung, er hat mich geprägt oder er war wichtig für mich, treffender. So oder so, irgendetwas stimmte natürlich nicht an unserer Verbindung. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Aber egal. Success is my only motherfucking option. Failure is not. War der Sound, zu dem ich mein Abitur machte, von dem ich dachte, dass ich es nie schaffen würde, wenn mir immer wieder gesagt wurde, dass ich dafür nicht geeignet sei. Zu dem ich meinen Körper, diese Nervensäge joggend reduzierte. Und zu dem ich mir etwas später, oft ebenfalls joggend, überlegte, wie ich mir eigentlich anmaßen konnte, zu glauben, ich könne jenen Roman schreiben, den ich gerade zu schreiben versuchte. Eminem aus Detroit, dieser kleine, blondierte Typ mit dem schlechten Geschmack und dem katastrophal zerbrochenen Elternhaus, der in der Öffentlichkeit als die Verkörperung der weißen, amerikanischen Unterschicht gedacht wurde, dieser Eminem sagte, klar, kannst du. Und ich, weiß, weiblich, Mittelschicht, katastrophal zerbrochenes, aber akademisches Elternhaus, dachte, wenn dieser Eminem, der aussieht wie ein Loser und genau das zumindest zeitweise auf glänzende Weise mit Worten zu seinem USP machte, konnte ich das auch. Ich las nicht Thomas Bernhardt und dachte, kann ich auch, natürlich nicht. Oder um Gottes Willen, Kafka oder Maxim Biller, Reinhard Götz. Alles Männer, ich weiß. Und dazu später. Ich hörte Eminem und dachte, okay, es könnte gehen. Ich hörte, ich versuchte zu verstehen und hörte immer wieder. Auf dem Schulweg, beim Joggen, später auf dem Weg zur Uni, durch die Stadt. Immer alleine, denn Eminem machte keine Musik zum Tanzen oder nebenherlaufen. Mit Eminem musste man alleine sein. Und das war ich die meiste Zeit. Insbesondere, als ich anfing zu schreiben. Schule fertig, weg von zu Hause und Neustadt. Wenn man schreibt, braucht man einen Ton, den eigenen. Man braucht Haltung und Perspektive. Und wenn ich an Eminem dachte, wusste ich, was das anging, zumindest besser Bescheid. Ich war beeindruckt von der Unverschämtheit, mit der er seine Biografie zu Kunst, zu einer fortlaufenden Erzählung machte. Von seiner Bereitschaft zur Verletzbarkeit, der Unverfrorenheit, mit der er sich über die amerikanische Öffentlichkeit und sich selbst lustig machte. Ich liebte seine Wut und wie er mit Sprache umging, dass ich bei ihm immer den Eindruck hatte, er müsse tun, was er tut. Er habe keine andere Möglichkeit. Es gehe um alles, also um Leben und Tod. Und am meisten liebte ich, dass ich Mitglied einer Gang war, bestehend aus ihm und mir, die diese Sprache verstand und die krasser war als alle Gangs um uns herum, von denen ich glaubte, dass sie mich nicht würden aufnehmen wollen. Wenn ich von dem Eminem spreche, der für mich wichtig war, dann meine ich den frühen Eminem. Ich meine den Rapper, der The Slim Shady LP und The Marshall Mathers LP geschrieben hat. Denn das, was danach kam, deutete früh eine Katastrophe an, wurde mit einigen Ausnahmen aber doch sehr konsequent immer katastrophaler und entwickelte sich schließlich zu einem totalen Fiasko. Zu einem wildsauhaften Pop-Rock-Sound-Fiasko mit dramatischen Rummelhooks, vorgetragen ein bisschen entgroßen.